jo leute was geht ab alter augenringer lp am start oder auch mucker genannt wieder mit der kleinen miera miera ist ein bisschen verdutzt wir sind wieder mal in der wilde natur heute das wetter ich muss sagen recht angenehm ich habe mich ja jetzt zwei tage glaube ich zurückgezogen habe gesagt ich will mal bisschen real life stuff erledigen war mal wieder für mich alleine das heißt für mich alleine ich war nicht alleine aber ich war mal für mich also mal komplett vom zocken und so weg was habe ich gemacht alle zwei tagen ich weiß gar nicht ein tag habe ich glaube ich komplett nur geschlafen muss auch mal sein und ein tag war ich im phantasialand gestern war geil war geil habe sogar noch free karten bekommen für noch mal irgendwann hingehen mal gucken vielleicht so juli oder so jetzt sind wir in der natur leute ihr seht das schon das wetter ist übertrieben geil das wetter ist übertrieben geil man sieht es nieselt ein bisschen aber es ist übertrieben warm ich habe kurze hose an falls man da sieht geile schuhe ich glaube da kommt bald ein unboxing ich habe ein paket bekommen viele leute haben gesagt wir haben gesagt wir wollen wir gerne oder ich möchte gerne ein paket schicken also zwar nur ein paar deswegen habe ich gesagt wir ich möchte gerne ein paket schicken die einsagen so ein bisschen tabak oder so zum testen so mein lieblings tabak die anderen sagen hier mal ein bisschen wodka du trinkst gerne gönne ich dir mal ein bisschen wodka und haben gesagt ja mach doch mal so eine paketstation ich habe keine ahnung ich habe das mal von einem jahr gemacht habe das mal nie veröffentlicht und ich glaube also langsam wird es mal zeit dass ich diese paketstation veröffentliche so keine ahnung das sind also ich finde ich weiß nicht ich finde das eigentlich ganz interessant so wenn dann jemand was schicken möchte da ist natürlich keine pflicht ist cool welcher wahrscheinlich auch video kann wir da aufmachen oder so ich habe heute ein paket bekommen ist von keinem zuschauer ist von keinem zuschauer das von jemand anders aber gucken werde ich was lustiges draus machen ich glaube die meisten wissen schon ich habe ja angekündigt also wir haben jetzt heute mittwoch gestern sollte das paket gekommen sein schon phantasialand habe ich das heute anbekommen was es ist ist schon was nettes sag ich mal war auch ganz schön teuer war ganz schön teuer so viel geld wollte ich dafür gar nicht ausgeben mal gucken mache ich irgendwas lustiges draus wahrscheinlich während das video hier schneidet manchmal von neues video habe ich bock drauf habe ich irgendwie bock drauf so videos gehen immer so lustige videos video ist ein bisschen männer ärgern das sind die kleinen männer ärgern läuft die weg läuft die weg darf die das darf die das leute oder darf sie das nicht darf die ist der boss und dieser majestätische hund ich weiß gar nicht ob man überhaupt was sieht kann sein man sieht gar nichts weil es gegner ich muss aufpassen der weg der ist hier so ein bisschen ja da hat die schlangen was ist das denn weg das ist ein bisschen steinig schlammig nicht dass ich hinfalle aber passt schon aber war gut zwei tage auszeit haben auf jeden fall mir gut getan heute abend startet das wieder geht weiter mal gucken was wir heute haben zocken freitag wird noch mal das server gewibt der arg server die gründe kennt ihr ja im stream wir hatten leider das pech ist ganz mal kurz erklären wir hatten das pech der letzte args über den wir aufgesetzt haben zwei tage danach wurde die map des center als dlc gestartet dadurch kam kam es einfach zu komplikation diese komplikation sahen so aus dass das server absolut geleckt hat wie shit ja und die map war noch nicht so kompatibel wie die hätte es eigentlich sein sollen wie die vorher war und da haben uns alle entschieden in der community ich glaube im wort gestartet keine ahnung mehr als die hälfte also 75 prozent hat glaube ich gesagt für eine neue map wir spielen jetzt der island heute oder morgen kommt der island patch und dann alter dann wird reingebämmert freitag 16 uhr server restart kompletter vibe viele leute haben sich mal wieder angekündigt letztes mal waren wir ja 80 80 das server war übervoll die leute mussten warten bis sie connecten konnten mal gucken ob wir das wieder schaffen der island komm ich glaube neue schnee biome neue dinos und so ein shit wird geil wird geil leute ich verabschiede mich hier aus dem regenwald so wie es hier aussieht jetzt regnet das ein bisschen mehr also eben hat so genießelt ich weiß nicht ob man das hier so sieht das ist schon ja die linse ist schon beschlagen vielleicht was heißt beschlagen ist schon ein bisschen nass wir haben jetzt fünf minuten leute haut rein wir sehen uns vielleicht morgen mal gucken ich weiß nicht wann ich das video hochladen aber ich hab bock deswegen peace out